Keiner darf seinen Verstand einsetzen in Sachen, was für Sachen? In Sachen des Verborgenen. Wisst ihr, dass aufgrund dessen die Hezbo Tahlil sagen, es gibt keine Strafe im Grab? Du sagst ihm, warum gibt es keine Strafe im Grab? Er sagt dir, wenn du das Grab aufmachst von einem Toten, der jetzt nicht ein Guter war, du siehst gar keine Spuren an ihm, dass er bestraft wurde. Subhanallah. Sheikh al-Islam ibn Taymiyya hat damals schon, weil die Hezbo Tahlil sind die Enkelkinder von den Mu'atazilahs, und Sheikh al-Islam hat damals schon auf diese Mu'atazilah geantwortet und ihnen gesagt, wenn zwei Leute nebeneinander schlafen und einer träumt gerade, wie er Naim bekommt, das heißt, wie alles ihm schön gemacht wird, und der andere hat einen üblen Albtraum, wo er gepeinigt, gestraft wird, getötet wird, zerlegt wird. Siehst du das bei einem von den beiden, wenn du sie dir so anschaust und sie erleben gerade im Schlaf, was sie erleben? Das ist unter den Geschöpfen, dass sie nicht einmal sehen, ob er gerade das Gute erfährt oder das Schlechte. Wie dann in Al-Barsach, im Zwischenleben, im Grab, was eine ganz neue Welt darstellt, liebe Geschwister. Das ist das Verborgene. Schaut mal, was Sheikh Ibn Al-Wazimir sagte, als er das Buch Al-Wazitya erklärt hat, von Sheikh Al-Islam, sagte er, Es gibt für den Verstand überhaupt keine Bedeutung und Berechtigung, wenn es um Themen geht, wie, dass wir über Allah und seine Eigenschaften sprechen. Nein, sogar darf man niemals seinen Verstand einsetzen in all den Angelegenheiten des Verborgenen. Und dass man seinen, und die Aufgabe, die Rolle des Verstandes sollte es sein, sollte sein, dass er sich vollständig unterwirft. Ah, Ahlus Sunnah. Sheikh Ibn Al-Athmin, Ahlus Sunnah, möge Allah ihn lieben. Ahlus Sunnah. Oderуш- Wah- Em. Em.